Hallo, vielen Dank, dass du heute da bist. Könntest du dich vielleicht mal kurz vorstellen und auch die Organisation, in der du tätig bist? Danke für die Einladung erst mal. Mein Name ist Vanja Minic, ich bin Vorstandsmitglied der HÖR, der ersten Hochschülerinnenschaft österreichischer Romnia und der erste Jugendverein österreichischer Romnia, die Studierende und Jugendliche versucht zu vernetzen, zu unterstützen, verschiedene Bildungsangebote anbietet oder auch Workshops, natürlich auch politisch aktiv ist, eben Sensibilisierungsarbeit, aber auch in der Gedenkarbeit und sich natürlich auch versucht für die Studierenden einzusetzen in diesen Belangen. Und bin nebenbei auch noch Psychotherapeutin in Ausbildung unter Supervision und habe Psychotherapiewissenschaften studiert. Dann würde ich gleich mal meine erste Frage an dich stellen, nämlich was brauchen Studierende, die eben Diskriminierungserfahrungen haben, Rassismus-Erfahrungen haben? Welche Unterstützungsstrukturen sind da nötig? Ich glaube, der Hauptpunkt ist Aufklärung und Bildung. Das ist leider unumgänglich im Kampf gegen Rassismus- und Diskriminierungserfahrungen. Die Bringschuld dessen, über diese Thematik aufzuklären, sollte nicht ausschließlich bei Menschen liegen, die davon betroffen sind, weil das einfach immens viel Mut und Kraft beansprucht, die nicht jeder aufbringen kann. Und diese Aufklärung und die Bildung sollte sich auch nicht ausschließlich auf Studierende beziehen, sondern sehr wohl auch an das Personal, weil auch hier immer wieder Rassismus-Erfahrungen gemacht werden, die dann besonders schlimm sind, weil sie in so einem Machtgefälle sind und man sich dann eventuell noch weniger wehren kann oder auch weniger traut sich zu wehren. Ein weiterer Punkt, gibt es eine Möglichkeit, rassistische Vorfälle zu melden, wenn möglich auch anonym? Und was passiert mit dieser Information? Wird diese Information ernst genommen? Wie geht man damit um? Wird sie weitergeleitet? Hat sie auch Konsequenzen? Was gibt es denn bisher schon? Was gibt es da für Strukturen, auch Unterstützungsstrukturen innerhalb der Universität, die genau auf diesen Bereich spezialisiert sind? Also es gibt einerseits die HÖR, also die Hochschülerinnenschaft der österreichischen Romnia. Zusätzlich gibt es auch noch das antirassistische Referat an der ÖH. Die setzen sich nicht nur für Rassismus betroffene Menschen ein, sondern auch für ausländische Studierende. Würdest du sagen, dass es von der Uni Wien selbst mehr Unterstützung, mehr Förderung für solche Programme geben sollte? Das würde sicher Sinn machen, aber die Frage ist auch, wie öffentlich sind die überhaupt? Wie zugänglich sind die Wissensstudierende überhaupt, dass es die gibt? Melden sich dort Leute? Oder melden sich wenig Leute? Und wenn sich wenig Leute melden, dann baut man ja auch tendenziell dann Plätze ab. Ist es niederschwellig genug, dass sich Leute dort auch hinwenden? Also wenn es sowas gibt, ist es schon mal gut, aber wie funktioniert das? Wie erreichbar ist es? Und was passiert mit dieser Information? Werde ich dort überhaupt unterstützt? Werde ich dort ernst genommen? Gibt es jetzt auch außerhalb der Uni Organisationen, Vereine, die sich damit beschäftigen, die vielleicht auch für Studierende zugänglich sind, wo man eben Kontakt aufnehmen kann, wo man vielleicht auch Beschwerden hinschicken kann? Also wichtig wäre, glaube ich, auch in erster Linie zahre Zivilcourage und rassismuskritische Arbeit, da sich die einerseits für Menschen einsetzen, die von Rassismus betroffen sind, gleichzeitig aber auch eine Meldestelle für rassistische Erfahrungen bringen. Dadurch werden enorm wichtige Statistiken erarbeitet, die eventuell auch der Politik zugespielt werden kann. Und zusätzlich, falls was ist und das auch strafrechtlich relevant ist, bieten die eine Rechtsberatung an. Dann gibt es, mir besonders wichtig zu erwähnen, weil ich aus dem psychosozialen Bereich komme, ist Wir sind auch Wien. Das ist eine Plattform für BPOCs, die sich besonders mit mentaler Gesundheit auseinandersetzen und auch Menschen aus dem psychosozialen Bereich dafür sensibilisieren und trainieren. Dann gibt es auch noch den Verein Disrupt für diskriminierungsfreie und rassismuskritische Bildungsarbeit und für politische Teilhabe. Es braucht diese Unterstützungsstrukturen, aber wo sind da oft die Herausforderungen für Studierende im universitären Rahmen? Dass man oft nicht schlagfertig im Moment ist und dass man sich vielleicht im Nachhinein denkt, oh, ich hätte das und das und das sagen können. Das passiert oft. Oder warum habe ich mich nicht gewährt? Manchmal überwältigen einen solche Situationen so sehr, dass man nichts sagen kann oder dass man sich einfach nicht wehren kann. Und es muss einfach eine Plattform geben für Leute, die dann halt auch danach hingehen. Was können Studierende abseits eben von den verschiedenen Unterstützungsstrukturen, die es schon gibt, für ihr eigenes Wohlbefinden tun, um sich eben wohlzufühlen in einer vorwiegend weißen Institution? Der wichtigste Faktor ist wohl, sich ein soziales Umfeld zu schaffen, in dem solche Themen angesprochen werden können und Räume da sind oder Menschen da sind, die diese Themen auch halten können im übertragenen Sinne. Die dann nicht kippen in das, ja, aber hat er das wirklich so gemeint? Die einfach sensibilisiert sind für solche Themen und das auch aushalten. Damit meine ich Freunde und Familie. Natürlich ist es immer angenehm, wenn man auch Menschen im sozialen Umfeld hat, die ähnliche Erfahrungen haben, aber das ist nicht zwingend immer nötig. Und es ist halt auch wichtig, dass sich Leute für Freunde oder für Familienmitglieder einsetzen, die nicht von Rassismus betroffen sind. Und echte Ellis sagen dann halt auch etwas, wenn die eine Person nicht da ist. Also weisen andere auf unsensible Sprache hin oder nehmen auch andere Leute in Schutz. Natürlich immer nur dann, wenn man sich selbst nicht in Gefahr bringt. Was würdest du dann sagen, ist für dich auch für jetzt Hör eine der großen Herausforderungen, wenn es darum geht, Studierende zu unterstützen, die eben Rassismus-Erfahrungen machen? Wir haben in unserer Community ein großes Outing-Problem. Das hängt einfach zusammen mit der Angst vor der Diskriminierung und Rassismus, die man potenziell erfahren könnte, wenn man sich outet. Antiziganismus beschreibt ähnlich wie Antisemitismus ein ganz lang anhaltendes strukturelles Phänomen, das zurückgeht bis ins Mittelalter und ganz tief in unser kulturelles und soziales Erleben und Unbewusstes sich eingenistet hat. Also oftmals reproduzieren Menschen oder teilweise auch Kinder und Jugendliche diese rassistischen Strukturen, ohne überhaupt zu wissen, was sie da machen. Also wir kämpfen für Sichtbarkeit und es ist, glaube ich, auch extrem wichtig, Repräsentation und Identifikationsfiguren zu schaffen. Und wir bemühen uns, das auch teilweise zu sein. Und das war auch einer der Hauptgründe, warum ich zur Hör gekommen bin. Gibt es für dich jetzt noch zum Schluss irgendwas, was du unbedingt noch loswerden möchtest, was du findest, ist besonders wichtig noch zu erwähnen? Ich denke, dass wir grundsätzlich auf dem richtigen Weg sind, aber dass es noch ein bisschen dauern wird. Aber ich sehe auch viel Hoffnung, auch mit den jüngeren Generationen, die sich nicht nur gegen Rassismus aussprechen, sondern ganz wiff und gebildet sind und für viele Themen sensibilisiert sind. Und natürlich wird das nicht über Nacht passieren, aber es ist ein Prozess da und es ist nicht hoffnungslos. Auch wenn es manchmal punktuell so scheint. Vielleicht wäre es da auch noch wichtig zu sagen, dass man auch als Aktivistin oder politisch aktiver junger Mensch sich immer bewusst sein muss, dass man nur so viel tun kann, wie es einem die Kapazität erlaubt, dass man immer auf sich schauen sollte, dass man nicht die ganze Bürde der Welt auf den eigenen Schultern tragen sollte und dass niemand etwas davon hat, wenn man selbst dabei zugrunde geht. Vielen Dank, dass du da warst, dass du das mit uns geteilt hast. Vielen lieben Dank für die Einladung.